Was ist mein Karriere? Meiner Karriere? Mein Persönliches? Alter, das kannst du dich doch nicht fragen, was ich am Meister eingebaut habe. Ich glaube, das größte Spiel war bis jetzt 2010, als wir das erste Jahr Bundesliga gespielt haben und das erste Mal gegen Soling gewonnen haben, was für uns eigentlich bis dato unmöglich erschien. Manny Ramirez von den Boston Red Sox. Familie, Gesundheit und Freunde. Bang Boom Bang mit Oliver Koritke. 1.34 von der Bloodhound Gang. Pizza. Und dann unternehme ich was mit meiner Freundin, mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder zockt Playstation. Ja. id